Ich bin Roger Spauz, zuständig bei Greenpeace Lützebüch für die Energiekompakt. Wir befinden uns selber der Atomzentrale zu Kattenau in Frankreich, nur ein paar Kilometer in Lützebücher gerade. Die Katastrophe von Fukushima in Japan wird verdeutlicht, dass auch an einem westlichen Atomzentral eine größere Katastrophe mit Austritt von Radioaktivität und dass das auch heute zu Kattenau nicht erst geschlossen ist. Wir folgern Lützebücher Regierungen ab, dass sie zu viel Ersätze sind, dass sie keine Laufzeitverlängerung zu Kattenau können und dass auch keinen Atomsturm in Lützebüchern kommt.